Meine Mannschaft, Dankeschön an die vielen Schülerinnen und Schülern, die heute dabei waren. School's Day, nennen euch, wie gesagt, das D&D Magazin mit. Am Sonntag gibt es schon die wenigsten, die kommen dann zu Gast. Ich glaube, danke, es ist hier um 19 Uhr. Also, kommt unser Fünferl wieder besuchen. Vielen Dank.